ARD Text im Auftrag von Funk Hallo, habt ihr heute im Versicherungslicht gemacht? Diesmal zum Thema Goodbye, Tschüss, Adios, Au Revoir. Das war's. Ich gehe ab März in meinen wohlverdienten Ruhestand. Ich wünsche euch ein Gute. Danke fürs Zuschauen. In Zukunft könnt ihr wählen 00800 24 800 800. Das ist unsere Kundenservice-Line für irgendwelche Anfragen oder für irgendwelche Beratungen. Danke vielmals, Tschüss, auf Wiedersehen. Danke vielmals. Ciao. ARD Text im Auftrag von Funk